Hi wieder, recht herzlich willkommen bei smartwatch.de. Wir machen heute wieder ein kleines Unboxing zur Tag Heuer Connected. Das ist eine Luxus-Smartwatch aus der schönen Schweiz. Was da alles dabei ist für 1300 Euro und was die Grob für Funktionen hat, dazu gibt es mehr in unserem Unboxing. Wenn ihr euch dann dazu entschieden habt, euch die Tag Heuer zuzulegen, dann erhaltet ihr diese in dieser hübschen Verpackung hier. Da ist zunächst einmal die Umverpackung aus robuster Kartonage, dass da nichts passiert. Des Weiteren findet sich dann in dieser Schachtel diese Box aus blauem Kunststoff mit dem Tag Heuer Logo, als auch mit diesem Zahnradmuster hier, was natürlich für schweizerische Uhrentechnik steht. Daneben dann natürlich dabei die eigentliche Uhr, die ihr erworben habt und ein kleines Zubehörpaket. Da ist leider bei der Tag Heuer nur dabei hier dieses Ladekabel mit der Ladestation. Ansonsten befindet sich nichts im Lieferumfang. Das ist natürlich etwas schade bei einer 1300 Euro teuren Uhr. Kommen wir zum Schluss noch zur eigentlichen Tag Heuer Connected. Die ist so verpackt, in einer Kunststoffhalterung bzw. auf diesem Gummiball hier drauf aufgezogen, sodass die sicher bei euch zu Hause dann ankommt. Wobei das bei dieser edlen Verpackung kein Problem darstellen sollte. Ansonsten die Uhr selbst setzt auf ein rundes Display mit 1,5 Zoll. Das hat eine Auflösung von 360x360 Pixeln. Das ist natürlich bei dieser Größe mehr als ausreichend. Interessant ist auch, dass Tag Heuer hier auf einen Intel Prozessor setzt, einen Dual Core genauer genommen, also zwei Kerne mit je 1,6 Gigahertz. Dem zur Seite stehen ein Gigabyte Arbeitsspeicher sowie ein 4 Gigabyte interner Speicher. Interessant ist auch die Tatsache, es handelt sich hier um eine Android-Smartwatch. Das heißt, ihr könnt im Google Play Store euch da allerhand möglichen Android-Apps auf dieses Gerät herunterladen. Die funktionieren zum großen Teil auch reibungslos, dadurch natürlich, dass da ja alles zum Großteil genormt ist. Ansonsten die Uhr selbst könnt ihr connecten mit natürlich Android-Smartphones als auch mit iOS-Geräten. Auch abseits von der reinen Technik bietet die Tag Heuer Connected einiges, was man sich ansehen sollte. Dazu gehört natürlich die hochgradige Verarbeitung, als auch das sehr dezente und schlichte, aber dennoch sehr ansprechende Design. Das fängt schon bei der Materialwahl an, denn die Tag Heuer Connected hat einen Korbus aus Titan. Das ist ein besonders leichtes, aber auch besonders robustes Metall und auch beim Armband hat Tag Heuer sich nicht lumpen lassen und fertigt es hier aus Naturkautschuk. Das ist natürlich besonders, wenn man die Uhr dann am Handgelenk trägt, überhaupt kein Vergleich zu Synthetikleder oder auch zu sonstigen synthetischen Kunststoffen. Ansonsten ist die Uhr nach IP67 Wasser- und Staubfest zertifiziert. Das heißt, wenn ihr mal in einen kleinen Regenschauer kommt oder auch ein bisschen Dreck im Wald oder sonst wo ihr die Uhr am Handgelenk habt, dann ist das überhaupt kein Problem. Weiterhin bietet die Uhr natürlich ein analoges Ziffernblatt, wie die ganzen klassischen Uhren, wie ihr vielleicht auch schon zu Hause habt, wenn ihr euch diese Uhr hier zulegt. Die Uhr bietet natürlich noch viele weitere Features, auf die möchten wir aber natürlich in unserem ausführlichen smartwatch.de-Test eingehen. Den Link zum Test, den findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch alles dann in Ruhe ansehen, was die Uhr so kann, was ihr Funktionsumfang ist und wie wir sie schlussendlich dann bewertet haben. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich bin der Jan von smartwatch.de. Das mal wieder ein kleines Unboxing von uns und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.